Im heutigen Video haben wir endlich einen Skin nach drei Jahren bekommen, oder länger. Ein neuer Ranked-Modus ist in Fortnite draußen, das ist unglaublich Star Wars-Herausforderungen. Etwas über die neue Season, und ich sag euch wie es ist, weil hier nicht dran bleibt, hat echt wirklich was falsch gemacht, Freunde. Werdet ihr alle drei Darth Vader im Video finden, bis zum Ende des Videos, schreibt es in die Kommentare rein. Und vergesst nicht euren Epic Games, denn ich werde mir jede Woche ein paar Leute raussuchen, diese dann adden, und einen zufälligen Skin an diese Person schicken, mit Beweis-Video immer. Und ich würde sagen, wir gehen rein, bleibt dran, let's go. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, also ich sag euch so, was jetzt gerade im Fortnite abgeht, ist schon heftig, Leute. Ich hätte es nicht gedacht, dass die kurz vor einem neuen Season noch so krasse Updates rausbringt. Jetzt passt mal auf, an allererster Stelle ist ja seit vorgestern der neue FNCS-Skin im Itemshop, und zwar ist es der Aura-Skin, mit einem anderen Stil so, ne, mit den neuen FNCS-Barben. Finde ich ganz nice, könnt ihr euch auf jeden Fall gerne mit dem Crader-Code Seville holen, falls ihr darauf Bock habt. Und ja, der Skin sieht echt nice aus, richtig cool. Ich denke mal, das ist für jedermann ein richtig cooler Skin, also ich finde den echt nice. Und der gesamte Name ist tatsächlich Championship Aura, da war ich mit Aura gar nicht so weit daneben. Es wird ja so eine Art Wettrennmodus geben, okay? Und das Coole bei dem Wettrennmodus ist, so ein paar Leaks sind schon rausgekommen, und eine davon ist zum Beispiel, als allererstes werdet ihr besondere Items als Belohnungen erhalten, und man kann dort mit einem Schlachtenbus, also mit dem Battlebus in Fortnite, irgendwie Rennen machen. Und wenn ihr einer Partie beigetreten seid, dann wird eine besondere Zwischensequenz ausgelöst, also so eine kleine Filmsequenz. Das Ganze hat jetzt FNBR Intel hier für uns gepostet. Das ist so ein eigener Game-Mode, Leute, den wir bald in Fortnite bekommen. Ihr werdet auch in der Lage sein, eure Freunde zu tracken, also wie gut sie in diesem Rennen sind oder wie weit sie generell sind. Und es gibt eine Competitive-Version von diesem LTM, aber in einem Team und eine normale Version. Aber das ist jetzt nur im Team der Fall. Wenn ihr das Ganze jetzt Solo spielt, höchstwahrscheinlich kann man auch Solo spielen, ist das sowieso normal, aber im Team ist das tatsächlich auch Competitive und normal. Sehr nice auf jeden Fall. Dann übrigens, ganz kurz, Leute, der zweite Stil von Raumfahrerin Ariana Grande. Sollte mittlerweile für jeden verfügbar sein, müsstet ihr, wenn ihr den Skin habt, mal kurz schauen in eurem Inventar, ob ihr den Stil jetzt auswählen könnt, weil der wurde jetzt eigentlich an jeden übergeschickt. Wir haben ja jetzt die neuen Star-Wars-Aufträge drin, Leute. Und mit den neuen Star-Wars-Aufträgen, die zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Und zwar heißen die die Fall-der-Republik-Aufgaben. Und ja, ihr müsst ja einfach Hilfe dabei, Darth Vader zu besiegen, animiere, Klon-Soldat, überlebe, Sturmphasen und, und, und. Also das sind so die Aufträge, die ihr machen könnt. Ihr bekommt pro Auftrag ungefähr 200 von diesen speziellen Punkten oder sogar 250. Und dazu muss man noch sagen, Leute, dass natürlich Darth Vader wieder auf der Map ist, ist ja ganz klar, wenn er in den Aufträgen drin ist, den könnt ihr also wieder ganz normal töten und so. Wenn wir schon bei Star Wars sind, sehr interessant. Palpatine sagt hier nämlich hier bei diesem Video, die Zeit ist gekommen, Execute Order 66. Ja, auf Deutsch hört sich das so ein bisschen anders an. Da jetzt Palpatine ja gesagt hat, wir müssen den Befehl 66 ausführen, wurde er ausgeführt. Und jetzt greifen uns die Clone Troopers an den verschiedenen Außenposten an. Da müsst ihr jetzt also aufpassen. Die greifen euch jetzt nämlich an. Passt auf jeden Fall ein bisschen auf, Leute. Das alles zu den neuen Star Wars Aufträgen und, und, und. Dann machen wir mal weiter. Was unglaublich krass, Leute. Ich kann es gar nicht sehen. Denn bei PlayStation wurde jetzt offiziell dieses Bild gesichtet. Von Black Goku, Junge. Black Goku wird tatsächlich jetzt erscheinen und wird natürlich auch pinke Haare als zweiten Stil besitzen. Und da er im PlayStation Store momentan als Teaser für Fallout angezeigt wird, wird er wohl in Kürze erscheinen. Es kann schon rausgekommen sein, wenn das Video online geht. Ich nehme das Video gerade am 12. Mai auf, 18 Uhr. Und wenn das Video morgen kommt, kann es schon sein, dass er rausgekommen ist. Und er wird, wie gesagt, zwei verschiedene Stile haben, was sehr, sehr krass ist. Und man geht davon aus, dass er wahrscheinlich morgen kommen wird. Oh mein Gott, wir haben gerade eine Eilmeldung bekommen, Leute. Wir haben gerade eine Eilmeldung bekommen. Vor 21 Sekunden China BR hat gepostet auf Twitter einen Teaser zu einem Ranked-Modus. Fortnite Frankreich hat das gerade hier auch rausgehauen. Tatsächlich, Leute. Hier blende ich euch mal das Video ein. Wir gucken uns mal kurz zusammen an. Hier seht ihr gerade. Das ist ein Teaser für einen Ranked-Modus. Und ich glaube, das Ganze hat mit dem neuen Driving-Mode zu tun. Also mit diesem neuen Wettrennen-Modus. Ich habe ja gesagt, es gibt Team in Normal und Team Competitive. Und das müssten die verschiedenen Ränge sein, die wir dort erreichen können. Gerade eben rausgekommen. Das ist ja wirklich verrückt, Leute. Also wir haben nochmal neue Informationen zu dem neuen Wettrennen-Modus gerade bekommen. Junge, Junge, Junge. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Black Goku, Leute. Wie gesagt, er müsste wahrscheinlich morgen rauskommen im Itemshop. Das wird unglaublich krass. Aber es wird noch heftiger mit den Skins. Passt auf, Leute. Denn wir haben ja dieses Bild. Und diese Skins sollen anscheinend am 4. oder 5. Juni rauskommen. Ähm, genau. Das sind hier die Skins. Ist das von irgendeiner Serie oder so? Ich weiß es gerade gar nicht. Sie, ich dachte am Anfang, so League of Legends Arcade sieht auf jeden Fall irgendwie danach aus. Aber ich glaube, das hat einfach nichts zu tun mit irgendeiner Serie. Ich glaube, das sind einfach... Ah, das sind die Spray-Skins. Und diese erhalten auch anpassbare Backblinks, Leute. Okay. Das sind tatsächlich die Spray-Skins, die wir jetzt endlich bekommen nach langer Zeit. Und die kommen am 4., 5. oder 6. Juni in den Itemshop rein, Leute. Aber wir machen jetzt weiter, okay? Und jetzt wird es richtig krass, Leute. Denn Miles Morales, Spider-Man, wird jetzt endlich in Fortnite reinkommen. Und ich sage euch jetzt, wann ganz genau. Junge, Junge, Junge. Nach so langer Zeit, und zwar wird Miles Morales zwischen dem 18. Mai und 8. Juni rauskommen, Leute. Diese Kollaboration beinhaltet auch noch exklusive Aufträge für euch. Und mit diesen Aufträgen könnt ihr noch spezielle kosmetische Gegenstände freischalten. Für den Skin, vielleicht einen anderen Stil oder, oder, oder. Wir haben endlich bald Miles Morales im Spiel. Ich kann es gar nicht glauben. Wie lange haben wir auf diesen Skin gewartet, Freunde? Und er wird im nächsten Update veröffentlicht. Und seine Herausforderungen, wie gesagt, laufen vom 18. Mai bis zum 8. Juni. Und in diesem Zeitraum kommt auch der Skin ungefähr raus. Leute, es ist endlich an der Zeit. Ich will, dass ihr hier mal den Like-Button rauscheppert, Freunde. Weil das ist wirklich unglaublich, was wir hier für neue Informationen haben. Nach so langer Zeit haben wir auf den Spider-Man-Skin gewartet. Wettrennen-Modus, Black Goku, Spider-Man Miles Morales. In einem Monat kommt ungefähr die neue Season raus. Die Star-Wars-Kollabor war wieder geisteskrank. Also was Fortnite gerade macht, ist unglaublich. Vergesst auf jeden Fall bitte nicht, meinen Creator Code Savile im Itemshop einzutragen, Leute. Ganz wichtig, Leute, noch zu erwähnen. Ihr müsst auf jeden Fall mal den FNCS-Stream Legends Landing am Samstag oder sogar am Sonntag für mindestens 30 Minuten anschauen, um einen Backbling zu bekommen von den FNCS. Ihr müsst eure Jobs natürlich, beziehungsweise Twitch mit Epic Games verbunden haben. Und dann könnt ihr hier ein richtig cooles FNCS Backbling haben. Nicht vergessen, Leute, das Ganze ist auf Twitch. Einmal verlinken und zack, dann könnt ihr hier nochmal einen kostenlosen Gegenstand bekommen. Nicht vergessen, ganz, ganz, ganz wichtig, Leute. Und jetzt zu guter Letzt, am Ende des Videos, lassen wir noch einmal ganz entspannt den Creator Code Savile-Song laufen, weil ich liebe ihn einfach. Bis dann und ciao, ciao. Alter. Was für fresche Neues geht's. Aber du weißt, eigentlich habe ich einen Praxistermin beim Arzt. Ich muss auch wieder meine Prostata untersuchen. Aber hey, scheiß auf den Arzttermin. Ich gönne mir jetzt einfach neue Skins. Und zwar, wisst ihr mit was? Greater Code Savile, löst ihn jetzt ein. Dann bist du kein Schwein. Mach dir jetzt Kartoffelbrei. Löst ihn jetzt ein, sonst bist du kein Pst. Deine Mutter kommt rein, erwisch dich beim Pst. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.